Servus, mein Grüß Gott, liebe Zuschauer, heute werde ich euch 15. Dezember der echte Weihnachtsmann vorlesen und ja, dann würde ich sagen, let's go! Im Kindergarten behauptet Lukas Freund Leon, dass niemand eine Engelswerkstatt braucht, weil man sowieso alles für Weihnachten im Laden kaufen kann. Und dass nicht nur einer, sondern viele Weihnachtsbäuer herumlaufen. Mindestens 100. Mindestens 100, sagt Leon. An diesem Abend gibt es für Sophie und Lukas keine goldenen Nüsse, sondern einen Liebkuchenstern. Weihnachtsmaus und Weihnachtsbär bleiben abends bei Sophie und Lukas. Heute Nacht müssen wir uns ausruhen, erklärte die Maus. Sonst sind wir an Weihnachten fix und fertig. Sollen wir es uns gemütlich machen? Riegt Sophie vor. Wir setzen uns in meinem Bett und essen die Liebkuchen. Gute Idee! Der Bär nickt. Als sie alle schon zugedeckt unter Sophies Decke sind, erzählte Lukas, was er von Leon gehört hat. So ein Unsinn. Vor lauter Ärger verschluckt sie sich die Maus am Liebkuchen. Es dauert eine Weile, bis sie weiter reden kann. Die Weihnachtsrenner, die durch die Kaufhäuser rennen, sind einfach nur verkleidete Menschen. Doch die wunderbaren Dinge, die aus der Engelsbergstadt kommen, sind einmalig. Aber woran erkennt man den Unterschied, fragt Sophie? Den echten Weihnachtsmann erkennt man daran, dass alles um ihn herum nach Weihnachten riecht. Nach Tannenzweigen, nach Vanille, Zimt und Nelken. Und sein Gesicht leuchtet wie Kerzen am Weihnachtsbaum. Die Maus holt Luft, dann fährt sie fort. Und kein Mensch kann so zarte, dicke machen wie die von den kleinen Enkeln. Wer sie ansieht, dem fällt die Weihnachtsfreude direkt ins Herz. Stimmt, sagt Sophie und dreht den feinen gläsernen Engel, den sie in ihrer Nuss gefunden hat, zwischen ihren Fingern hin und her. Noch nie habe ich mich so auf Weihnachten gefreut wie dieses Mal. Das war's mit 15. Dezember, der echte Weihnachtsmann. Lasst ein Like da, ein Abo, Glocke aktivieren. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, schreibt Hashtag bis zum Ende. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Lasst ein Like da, ein Abo und ciao. Das war's mit dem Video.